Beim Aufstehen stellte er fest, dass er gar nicht nass war. Er musste auch nicht nach Luft japsen, so wie das ja eigentlich normal ist, wenn man eben aus dem Wasser auftaucht. Er stand im Wald, am Rand eines winzigen Teichs, kaum drei Meter im Durchmesser. Die Bäume standen dicht an dicht, und sie waren so belaubt, dass er kein einziges Himmelsfleckchen sehen konnte. Das durch das Laubwerk hereinfallende Licht war vollkommen grün. Eine äußerst starke Sonne musste über den Bäumen stehen, denn das grüne Licht strahlte und wärmte. Es war der stillste Wald, den man sich überhaupt vorstellen kann. Es gab keine Vögel, keine Insekten, kein sonstiges Getier und keinen Wind. Fast konnte man spüren, wie die Bäume wuchsen. Der Teich, aus dem Diggory eben geklettert war, war nicht der einzige. So weit das Auge reichte, lagen dicht nebeneinander noch weitere Teiche. Fast meinte man zu fühlen, wie die Bäume mit ihren Wurzeln das Wasser aufsogen. Ein ausgesprochen lebendiger Wald war es. Wenn Diggory ihn später zu beschreiben versuchte, dann sagte er immer, es war ein üppiger Ort, so üppig wie Pflaumenkuchen. Das Eigenartigste war, dass Diggory schon fast vergessen hatte, wie er hierher gekommen war, noch bevor er sich recht umschaute. Jedenfalls dachte er keineswegs an Polly oder an seinen Onkel, ja nicht einmal an seine Mutter. Kein bisschen Angst hatte er, und aufgeregt oder neugierig war er auch nicht. Wenn ihn einer gefragt hätte, wo kommst du her, hätte er wohl geantwortet, ich war schon immer hier. Und so kam es ihm auch vor, als wäre er schon immer an diesem Ort gewesen und hätte noch nie Langeweile verspürt, obwohl nie etwas passierte. Lange danach sagte er, es war kein Ort, an dem etwas geschieht. Die Bäume wachsen, und das ist alles. Nachdem Diggory den Wald lange betrachtet hatte, entdeckte er, dass ein paar Schritte weiter am Fuß eines Baumes ein Mädchen lag. Ihre Augen hatte sie ein winziges bisschen geöffnet, so als wäre sie gerade eben am Aufwachen. Lange schaute er sie schweigend an. Schließlich öffnete sie die Augen ganz. Auch sie sah ihn Lange an. Und auch sie schwieg. Doch dann sagte sie mit einer Stimme, die ganz verträumt und glücklich klang, mir scheint, ich hab dich schon mal gesehen. Ich dich auch, glaube ich, antwortete Diggory. Bist du schon lange hier? Oh, schon immer, sagte das Mädchen. Auf jeden Fall schon, ich weiß nicht, sehr lange. Ich auch. Das stimmt nicht, widersprach das Mädchen. Ich habe dich eben erst aus dem Teich klettern sehen. Vermutlich hast du recht, sagte Diggory. Er sah ziemlich verwirrt aus. Das hatte ich vergessen. Lange Zeit schwiegen beide. Hör mal, sagte das Mädchen, sagte das Mädchen nach einem Weilchen. Nebeneinander wohnten und sie kletterten auf Balken herum oder so. Ich weiß noch, das Mädchen hatte ein ganz schmutziges Gesicht. Das musst du verwechseln. In meinem Traum hatte der Junge ein schmutziges Gesicht. An das Gesicht des Jungen erinnere ich mich nicht, sagte Diggory. Dann fügte er hinzu. Hey, was ist denn das? Oh, ein Meerschweinchen, rief das Mädchen. Und tatsächlich schnupperte da ein fettes Meerschweinchen im Gras umher. Um den Bauch trug es ein Band. Und an dem Band war ein leuchtend gelber Ring befestigt. Sieh nur, rief Diggory, schau dir den Ring an. Du hast auch so einen am Finger. Und ich ebenfalls. Das Mädchen setzte sich auf. Jetzt wurde es neugierig. Die beiden Kinder starrten einander durchdringend an und versuchten krampfhaft, sich zu erinnern. Mr. Catterley, rief das Mädchen. Und genau im selben Augenblick rief der Junge, Onkel Andrew. Jetzt wussten sie, wer sie waren. Und alles fiel ihnen wieder ein. Nach einem kurzen Gespräch klärte sich die ganze Geschichte. Diggory erzählte, wie grässlich sich sein Onkel verhalten hatte. Was machen wir jetzt? fragte Polly. Sollen wir das Meerschweinchen nehmen und nach Hause verschwinden? Wir brauchen uns nicht zu beeilen, sagte Diggory und gähnte ausgiebig. Doch, widersprach Polly. Hier ist es zu still. Es ist so, so verträumt hier. Du schläfst schon fast. Sobald wir nachgeben, legen wir uns hin und versinken für immer und ewig in einen Dämmerschlaf. Sehr schön ist es hier, sagte Diggory. Ja, das stimmt, aber wir müssen wieder heim. Polly stand auf und ging vorsichtig auf das Meerschweinchen zu. Doch dann überlegte sie es sich anders. Wir können es ja eigentlich auch hier lassen, schlug sie vor. Es ist glücklich und zufrieden hier. Und wenn wir es mitnehmen, dann macht dein Onkel wieder so grässliche Sachen mit ihm. Ganz bestimmt, entgegnete Diggory. Schau dir nur an, was er mit uns angestellt hat. Übrigens, wie kommen wir eigentlich wieder nach Hause? Ich nehme an, wir müssen in den Teich hüpfen. Sie gingen zusammen zum Ufer und schauten hinunter auf das glatte Wasser. Die üppig belaubten Zweige spiegelten sich darin und dadurch wirkte es ausgesprochen tief. Wir haben kein Badezeug dabei, meinte Polly. Wir brauchen doch kein Badezeug, Dummerchen, sagte Diggory. Wir lassen unsere Kleider an. Weißt du denn nicht mehr, dass wir beim Hochkommen überhaupt nicht nass geworden sind? Kannst du schwimmen? Ein bisschen. Du? Ja, aber nicht sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir schwimmen müssen, meinte Diggory. Wir wollen doch nach unten, oder nicht? Keiner der beiden war so recht begeistert von dem Gedanken, in den Teich hüpfen zu müssen. Aber keiner sagte etwas. Sie nahmen sich bei der Hand, riefen, eins, zwei, drei, los und sprangen. Es platschte laut auf und natürlich machten sie fest die Augen zu. Aber als sie sie wieder öffneten, standen sie immer noch Hand in Hand in diesem grünen Wald. Das Wasser reichte ihnen kaum bis zum Knöchel. Der Teich war offensichtlich ganz flach. Spritzend kletterten sie wieder aufs Trockene. Was haben wir bloß falsch gemacht? Fragte Polly erschrocken, aber doch nicht ganz so erschrocken, wie man vielleicht hätte annehmen können. Es war nämlich schwierig, in diesem Wald Angst zu kriegen. Dafür war es hier zu friedlich. Oh, ich weiß, rief Diggory. Natürlich konnte es nicht funktionieren. Wir tragen ja immer noch die gelben Ringe. Die waren für die Reise hierher bestimmt. Für die Heimreise brauchen wir die Grünen. Hast du Taschen? Gut, den gelben Ring steckst du jetzt in deine linke Tasche. Ich habe zwei Grüne mitgebracht. Da ist deine. Also streiften sie die grünen Ringe über und gingen wieder zum Teich. Aber bevor sie noch einmal hineinhüpften, machte Diggory... Oh, oh, oh. Was ist? Fragte Polly. Mir kam gerade eine fantastische Idee, sagte Diggory. Was ist mit den anderen Teichen? Wie meinst du das? Tja, wenn wir durch diesen Teich hier in unsere eigene Welt gelangen, dann ist es ja vielleicht möglich, dass wir woanders hinkommen, wenn wir in einen anderen Teich hüpfen. Vielleicht ist am Grund von jedem Teich eine andere Welt. Ich dachte, wir seien schon in dieser anderen Welt oder an dem anderen Ort oder wie es dein Onkel Andrew nannte. Hast du nicht gesagt? Ach, zum Teufel mit meinem Onkel, unterbrachte Diggory. Ich glaube nicht, dass der viel Ahnung hat. Er hatte nicht mal den Mut, das selbst auszuprobieren. Er hat zwar nur von einer anderen Welt gesprochen, aber vielleicht gibt es ja Dutzende. Du meinst, dieser Wald hier ist nur eine Welt unter vielen anderen? Nein, ich glaube, dass dieser Wald überhaupt kein Wald ist. Er scheint mir eher wie ein Ort, der zwischen den Welten liegt. Polly sah verwirrt aus. Verstehst du nicht, fragte Diggory. Hör zu, denk an den Tunnel daheim unterm Dach. Er gehört ja eigentlich zu gar keinem bestimmten Haus, aber wenn man ihn betritt, kann man von dort aus in jedes einzelne Haus gelangen. Könnte es bei dem Wald nicht so ähnlich sein? Könnte es nicht ein Ort sein, der zu keiner Welt gehört? Aber wenn man ihn erst mal gefunden hat, gestattet er den Zutritt zu allen Welten? Naja, aber selbst wenn man, begann Polly, aber Diggory fuhr fort, als hätte er sie gar nicht gehört. Das erklärt natürlich alles. Deshalb ist es hier so still und verschlafen. Hier geschieht nie etwas. Es ist fast wie bei uns daheim. In den Häusern reden die Leute. Dort werkeln sie herum und dort essen sie. Aber an den Übergangsstellen, hinter den Wänden, über der Decke und unter dem Fußboden oder in unserem Tunnel passiert gar nichts. Von dort aus kann man aber in jedes Haus gelangen. Ich glaube, von hier aus kommt man ebenfalls absolut überall hin. Wir brauchen also nicht in den Teich zu springen, aus dem wir gekommen sind, zumindest noch nicht gleich. Der Wald zwischen den Welten, sagte Polly verträumt. Das klingt hübsch. Komm, befahl Diggory. Welchen Teich wollen wir nehmen? Hör zu, ich probiere keinen neuen Teich, solange wir nicht wissen, dass wir durch den alten wieder heimkommen. Wir haben doch gar keine Ahnung, ob es überhaupt klappt, protestierte Polly. Ja, und dann erwischt uns Onkel Andrew und nimmt uns die Ringe weg, bevor wir unseren Spaß hatten. Nein, danke, sagte Diggory. Vielleicht könnten wir ein Stückchen in unseren Teich hinabtauchen, nur um zu sehen, ob es funktioniert, schlug Polly vor. Und wenn, dann wechseln wir die Ringe, bevor wir im Arbeitszimmer deines Onkels ankommen. Meinst du, dass es geht, nur ein Stückchen hinabzutauchen? Es hat ja ein Weilchen gedauert, bis wir oben waren. Also dauert es vermutlich auch ein Weilchen, bis wir wieder unten sind. Diggory machte ein schreckliches Theater, bevor er einwilligte. Aber schließlich und endlich blieb ihm nichts anderes übrig, weil Polly sich strikt weigerte, sich in den anderen Welten umzusehen, bevor sie sich nicht überzeugt hatte, dass sie ihre eigene Welt wieder erreichen konnte. Was gewisse Gefahren betraf, wie zum Beispiel bei Wespen oder so, da war sie genauso mutig wie Diggory. Nur war sie nicht so wild darauf, Dinge auszukundschaften, von denen noch kein Mensch jemals etwas gehört hat. Diggory gehörte nämlich zu den Leuten, die alles wissen wollen. Später, als er erwachsen war, wurde er der berühmte Professor Kirk, der in anderen Büchern eine Rolle spielt. Nach einem ziemlichen Hin und Her einigten sie sich schließlich darauf, ihre grünen Ringe anzustecken. Grün steht für Sicherheit, sagte Diggory, damit du die beiden Ringe auf keinen Fall verwechseln kannst, sich an den Händen zu halten und zu sprengen. Aber sobald es den Anschein hatte, als kämen sie wieder in Onkel Andrews Arbeitszimmer an, oder zumindest in ihrer alten Welt, wollte Polly wechseln rufen, und dann wollten sie die grünen Ringe gegen die gelben austauschen. Eigentlich wollte Diggory derjenige sein, der wechseln rief, aber Polly war dagegen. Also steckten sie die grünen Ringe an, nahmen einander bei der Hand und riefen noch einmal. Eins, zwei, drei, los! Diesmal funktionierte es. Es lässt sich schwer beschreiben, wie sich das Ganze für die beiden anfühlte, weil alles so schnell ging. Zuerst bewegten sich helle Lichter an einem dunklen Himmel. Diggory war anschließend der Meinung, es seien Sterne gewesen, und er war sogar bereit zu beschwören, er habe den Jupiter ganz aus der Nähe gesehen, sogar dessen Monde habe er erkennen können. Aber gleich darauf waren sie von unzähligen Dächern mit Kaminen umgeben, und die St. Pauls-Kathedrale sahen sie auch. Sie mussten also in London sein. Doch sie konnten durch alle Mauern sehen und in alle Häuser hinein. Dann erblickten sie ganz verschwommen und unklar Onkel Andrew. Nach und nach wurde das Bild immer klarer, wie bei einem Fernglas, das richtig eingestellt wird. Doch bevor Diggory's Onkel ganz und gar wirklich wurde, rief Polly, »Wechseln!« Also steckten sie die gelben Ringe wieder an, unsere Welt verblasste wie ein Traum, das grüne Licht über ihnen wurde stärker und immer stärker, bis sie mit den Köpfen die Wasseroberfläche durchstießen und wieder ans Ufer krabbelten. Um sie herum stand der Wald so grün und so hell und so still wie zuvor. Das Ganze hatte kaum eine Minute gedauert. »So«, sagte Diggory, »es klappt also. Und jetzt beginnt das Abenteuer. Welchen Teich wir nehmen, ist ja egal. Wir probieren den da. »Halt«, rief Polly, »sollen wir denn nicht den Teich hier erst markieren?« Die beiden starrten einander an und wurden totenblass, als ihnen klar wurde, wie schrecklich das hätte ausgehen können, was Diggory eben fast getan hätte. Es gab ja unzählige Teiche hier im Wald und alle sahen sie gleich aus, genau wie die Bäume. Wenn sie also den Teich, der zu ihrer eigenen Welt führte, verlassen hätten, ohne ihn irgendwie zu markieren, dann würden sie ihn höchstwahrscheinlich nie mehr gefunden haben. Diggory's Hand zitterte, als er sein Taschenmesser öffnete und einen langen Streifen der Grasnarbe am Teichufer herausschnitt. Die wohlduftende Erde war von einem tiefen Rot-Braun, das sich von dem Grün drumherum gut abhob. »Wie gut, dass wenigstens einer von uns beiden was im Kopf hat«, sagte Polly. »Jetzt hör schon auf und gib nicht so an«, sagte Diggory. »Ich will sehen, was wir im nächsten Teich vorfinden. Komm!« »Sagg Ark plastik« »Hera, wagstunfachbar nicht soaram, Et links zustt in den villageem « »Ur. »Ur. »Ur.